Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Headset Sniper mit einer normalen One Piece Folge. Yeah! Und wir müssen ein paar Gegenstände eintauschen. Verdammt, zubig. Oh, kurzer Gedächtnis, verdammt. Oh, was, 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 Kamera? Hör auf damit, du machst mir Angst. Ähm, hier. Und zwar brauchen wir 6 Weiß, 3 Rot, 1 Gelb. 6 Weiß, 3 Rot, 1 Gelb. Ah, Storehouse. Anwert Points, 6 Weiß. 3 Rot. Okay, dann nehmen wir doch mal... Wirklich, noch eins. Na gut, 3 Rot. Äh. Dumb, dumb, die gibt ganz viel. Äh, Crystals. Jetzt kriegen wir die so einfach wieder. Ich schätze, wir müssen es drauf aufkommen... Ankommen lassen. Nicht aufkommen lassen. Bienen, die können wir locker verbraten. Äh. Ich möchte erst mal kurz noch ins Inventar reinschauen. Tja. Einfach, weil das Ding doch relativ teuer ist. Ach, da haben wir noch... Royal Jelly können wir uns so viele holen, wie wir wollen. Äh. Und davon können wir noch ein paar opfern. Ohne Probleme. 18 Eier. Wow. Okay, da können wir einige davon opfern. Okay. Ein goldenes noch. Äh. Boah, nehmen wir ein goldenes Ei. Boah, wir haben jetzt echt einiges eingesammelt. Nice. Das reicht, oder? Äh. Ja, ist ja schön. Das heißt, es geht zum Boss, der... Fast ohne Items, aber mir doch etwas zu heikel ist. Deswegen hol ich mir noch Bomben, zumindest. Äh. Eine E-Mail. Ähm. Bomben. Keine Bomben. Brauchen wir auch nicht. Äh. Nö, nicht wirklich. Wir brauchen noch ein Explosive Rock Fragment. Oder, was gibt's sonst zur Auswahl? Öl und drei Kokosnüsse, die können wir uns relativ schnell holen. Ja, machen wir schnell. Noch kurz Vorbereitung, damit wir zumindest ein Rückhaltemethode... Rückhaltemethode? Keine Ahnung, was ich damit ausdrücken wollte. Eine... Ein Plan B praktisch haben. Genau. Genau. Äh. Und zwar da oben können wir uns gleich einen Frosch fangen, mit dem wir wiederum Öl machen können. Und unten können wir uns drei, äh... Kokosnüsse holen. Sollte okay sein, alles. Alles nix. Weltbewegendes. Hoffentlich. Wenn man weiß, wo man die Zutaten findet. Und so langsam weiß ich das. Hallo. Ah, ich seh' dich nicht. Hallo. Wow. Im Wasser ist ja echt schwer zu fangen. Hör auf, ich brauch' ich brauch' das Ding. Nein. Das ist doch nett. Und gut, dass ich das jetzt weiß, dass man das... Cool. Ach. Ah. Ihr wollt's wirklich nicht anders. Legt euch doch nicht mit Luffy an, Mensch. Ihr seid des Wahnsinns. Aua. Eins, zwei, drei. So, jetzt aber. Du bist mir relativ egal. Ja, endlich. Gacha. Bam, bam. Und du, Mysterious Egg. Wow, noch eins. Brauchen wir nicht wirklich, aber gut. Ähm. Warte. Ah. Nein, doch, Öl. Da. Passt. Drei Kokosnüsse noch. Äh, nehmen wir in anderer Stelle noch ein bisschen Ausdauer hat, Sanji. Okay. Äh. Äh. Habe ein bisschen Kopfschmerzen, aber sonst geht's mir eigentlich ganz... Okay. Ja. Ein bisschen heftige Kopfschmerzen. Egal. Das zieh ich jetzt noch durch. Außerdem lenkt's einen ab. Der Nummer eins Grund zu zocken. Oh. Dam, dam, dam. Danke. Ja. Kokosnüsse. Auf zum Strand. Das war kurz. Nächster. Lissop. Kannst auch ganz gut rennen. Dam, 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 dam. Bam, 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 bam. Ähm. Joa. Da unten sind die auch schon. Da, 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 da. So, einmal zwe... Ja. Dafür ist natürlich Zorro prädestiniert. Danke. Einmal Zwetschke. Zweimal Zwetschke. Weil der nächste Bosskampf wird etwas härter. Ihr werdet auch sehen, warum. Ein epischer Boss. Ah, ein Schatz drüber. Cool. Ist da drin. Diamond Fragment. Juhu. Nice. Das finden wir jetzt. Wo wir es hätte schon... Viel früher hätte uns... Viel früher hätte es uns einiges an Arbeit erspart. Egal. Nicht beschweren. Nicht beschweren. Ab. Joa. Nochmal einer. Okay. Das sollte reichen. Äh, Spaß. Nein. Development hier. Bla bla. Danke. Und hier. Napalm. Nice. 50 Schuss. Das sollte erstmal reichen. Für einiges. Go. Äh, ja. Wir speichern am besten. Nicht, dass wir das Ganze wieder verlieren. Ich weiß, eigentlich speichere ich nicht gerne während der Episode, aber... Bevor wir das Ganze nochmal neu machen müssen. Gut, es ist nicht zu viel, aber... Ihr wisst, was ich meine. Ähm, okay. Wie kommen wir da am besten hin? Na, ich würde einfach sagen, geradeaus durch. Jupp. Und wir müssen natürlich noch 100% HP, 100% SP bekommen. Vor allem für Zorro wäre das sehr wichtig, denn eine seiner Spezialattacken bekommt... Also die andere, die jetzt noch übrig bleibt, bekommt er erst mit genügend SP. So viel kann ich schon mal verraten. Schon wieder eine. Küschte. Okay. Nach welchem Kriterium spawnen die? Pom Pom Tree. Okay, dankeschön. Den können wir schön konvertieren. Meine Audiospur ist, glaube ich, heute etwas leiser. Okay. Das Detected. Jojojo. Ihr könnt mich mal... Oh, ich muss genug... Äh, genügend SP freihalten hier. Können wir echt nicht, äh, vorsichtig genug sein. Den brauchen wir nicht. Aber ist da noch einer am Baum hängt? Hallo? Nope. Nix am Baum. Okay. Nein. Zorro. Mach's kaputt. Nein. Lass mich in Ruhe. Aha. Okay. Ihr werdet wirklich überrascht sein, wer der nächste Gegner ist. Ich find's geil. Episch. Wie auch immer. Oh, da ist was. Ah, fuck. Jetzt bin ich zu verbreit. Okay. Egal. Und go. Ich hab das letzte Mal durchspielen gar nicht drauf geachtet, ob hier jetzt tatsächlich ein Paradox entsteht. Ihr werdet gleich sehen, wieso. Ein Paradoxon. Denn... Oh, oh, was kommt da? Oh, oh, was kommt da? Oh, oh. Ja, unser lieber Chopper goes Rampage. No way. That's impossible. Rrrr. Ah, it's that version of Chopper? What? What's going on? Okay, doch kein Paradoxon. Das wird zumindest erklärt. Tsch, he's going to be trouble. Hey guys, no time to be flapping your gums. We have to do something about it. Wow. Ja, so hab ich den in Erinnerung. Relativ heftig. Deswegen noch kurz ausrüsten richtig. Wir haben noch ein Mixed Powder vorhin von den Gegnern gestohlen. Sollte ich öfters machen. Hm, das hier könnte ich noch hinmachen. Gift macht er meines Wissens nach nicht. Das heißt so, 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 so. So sollte das okay sein. Hallo. Au. Der haut schon auch nicht zu, okay. Oh, oh. Gleich mal Super-Tag-Riff vor Zorro stirbt. Wow. Zeit, frei. Oh, shit. Das war's mit Zorro. Das ging schnell. Okay, fangen wir ja schon bei den Fernkämpfern an. Oh, oh. Er ist noch. Oh, der macht schon heftig viel Damage. Am besten... Oh, mach ich nur Damage? Oh, shit, 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 shit. Aua. Ich treffe ihn nicht. Verdammt. Jetzt habe ich ihn getroffen, aber es ist sehr schwer, den zu treffen hier. Au. Wow. Das sieht schlecht aus für uns. Okay. Chopper gegen sich selber. Bam, 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 bam. Ja, das hat relativ gut geholfen. Dann würde ich sagen, gleich mal kurz Super-Tagge. Au. Bam, 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 bam. Uah, ich habe Angst vor dem Typi. Ich nehme mal lieber eine Melzin. Bam, 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 bam. Aua. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam Krampf. Irgendwie. Oh, oh. Au. Rampaging Chopper ist rampaging. Hallo? Verdammt. Ah. Ich versuche, ihn auszuweichen im richtigen Moment. Was ist denn, was er das macht? Ah, shit. Okay, ihr vier müsst euch verdammt gut anstrengen, wenn wir den besiegen wollen. So. Bam, 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 bam. Okay. Au. Diese Attacke muss ich noch predikten lernen. So, nächstes Mal. Wow. Habe ich schon gesagt, dass er stark ist? Okay, er macht es immer abwechselnd. Aua. Ja, immer abwechselnd. Okay. Aber ich glaube, wir werden es gleich nochmal versuchen. Ich habe es, glaube ich, raus, wie man besiegt. Heatball. Oh, Mann. Ja, er macht es immer abwechselnd. Das ist gut. Das heißt, ich kann immer 1, 2, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2. Einfach nur A-Spam. Mehr kann ich im Moment nicht machen. Wir machen ja mit der Zeit immer mehr Damage. Oh, Mann. Das könnte weiter dauern. Aua. Verdammt. Gerade da, wo ich meine... So. Na, shit. Aber so geht's. So geht's definitiv. Immer weit genug weg. Ist ein Gedulds-Battle. Ich merke schon. Eventuell können wir noch mit dem ein bisschen extra Damage machen. Bam, 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 bam. Hallo? Reagier doch mal auf unsere Angriffe. Waaah. Oh, Dash. Usup, run away. Ah. Das haben wir schon gehabt, aber... Äh. Das haben wir im End-Boss-Kampf bekommen. Okay. Lysup ist hier definitiv wieder unser Star-Player. Zusammen mit Chopper. Ironischerweise ging es sich selber. Aber gut. Bam, 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 bam. Wir können jetzt im Moment problemlos aus der Ferne bekämpfen. Das ging mit Nico Robin irgendwie nicht. Und wir haben immer noch unsere Super-Attacke. Was ich jetzt gleich einsetzen werde, die er wahrscheinlich nicht IQ bringen wird. Bisschen was. Okay. Genug zum gleich nochmal probieren. zu können. Ja. Waaah. Er wird auch nicht schneller, zum Glück. Also, vielleicht steckt doch noch etwas. Oh, puh. Jetzt, äh, kommt seine nächste Attacke. Weiß nicht, ob wir noch ein viel länger Glück haben werden. Er brennt. Aber... Hu, hu, hu. Verdammt. Bam, bam, bam. Sonst haben wir nichts mehr an ihm anzugreifen. Und er kommt uns immer näher. Oh mein Gott. Äh, äh, Anti-Coldcreen bringt nichts. Ich glaube, wir sollten definitiv mehr Feuer farmen. Oh Mann. Das wird auf jeden Fall ein Gedulds-Battle. Aber okay. Keine extra Angriffe mehr. Keine doppelte Böden mehr. Einfach nur noch Lissop versus Rampaging Chopper. Ich glaube... Uah. Puh. Ich bin zu nah gekommen. Nein. Bam, bam, bam. Eins, zwei, drei. Ich glaube, Dash hin ist sehr riskant. Das mache ich nicht. Bam, 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 bam. Ich mache umfasch kein Damage. Oh fuck. Gut ausgewichenes Sub. Ich mache ihm echt fast kein Damage. Meine Güte ist ja stark. Aber ich mache ihm Damage. So viel muss man lassen. Oh, warte mal. Nein, das wollte ich nicht. Oh, das war knapp. Äh, ich habe gerade eine Idee bekommen. Und zwar können wir doch einfach hier Ich weiß nicht, ob das was im Bosskampf selber drin bringt. Kann ich euch nicht sagen, weil ich bisher noch keinen Boss gehabt habe, bei dem ich es hätte ausprobieren können. Man braucht definitiv gute Reflexe für den hier. Bam, 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 bam. Los. Oh Mann, Lysop. Bisher geht ja alles noch. Dam, dam, dam. Special Attack Leadstar? Äh, stimmt. Wir können auch unsere Attacke aufladen. Können wir das schon? Oder was sage ich da? Irgendwas im Voraus. Äh, doch. Triple A können wir chargen. Eins, zwei. Oh ja, das bringt was. Das bringt was. Und Bam. Zumindest ein bisschen was. Bam, bam, bam. Ja, das bringt genauso viel. Oh, oh, oh. Mäh. Shit. Oh Mann, wenn alles in Luffy hängt, wird das nichts. Shit, 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 shit. Ich brauche irgendwas zum Heilen. Okay, ähm, das habe ich noch was. Bisschen das halt. Mh. Raw Material, Raw Material, Raw Material. Everyone wants someone, ja. Raw Material. Rainbow Wings. Mh. Nichts, was wir irgendwie benutzen können. Okay. Gut. Los, Lysop. Tu dein Bestes. Ah, mit mehr Geduld schaffen wir es auf jeden Fall. Okay, das wird eine lange Folge. Tut mir leid, Leute. Ihr könnt ja ein bisschen vorspulen, aber da kann ich jetzt gerade nichts dagegen tun. Wah. Na, 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 na. Ich würde es ja gerne benutzen, aber es geht nicht. Okay, ein bisschen mehr HP haben wir bekommen, was aber rein gar nichts bringt. Bam, 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 bam. Oh, er kommt uns wieder so nahe, er kommt uns wieder so nahe. Das ist doch mal ein echter Lysop-Kampf. Wie er im Buche steht und von Eichiro oder nicht besser gewollt sein hätte können. Oh, das ist doch knapp. Bam, 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 bam. Ja, ja, ja. Aber wir können es schaffen mit Lysop. Es dürfte doch definitiv leichter werden, wenn wir es mit einem anderen Charakter auch so gut machen könnten. Das war ein Slang. Wah. Ich habe heute nichts mehr vor, also. Lalalala. Lalalala. Ja. Und, wie ist es bei euch? Wäre das so? Ich finde es ja echt schlimm zurzeit. Das macht auch irgendwie jeden zweiten Ball krank, also. Auch bei mir im Geschäft ist es so. Da ist kaum einer nicht krank. Ja. Ja. Diese Krankheiten. Echt eine nervige Sache. Aber was will man dagegen machen? Wah. Klappt auf jeden Fall diese Taktik. Ist nur so langsam, dass ich sie eigentlich ungern anwenden würde. Und bam. Na, vielleicht bringt es doch was, was er mal auflädt. Ja. 1, 2. Verdammt. Nun kriege ich es nicht immer hin. Ja. Oh. Wie schwer kann es sein? 1, 2, 3. Es sind nur 2. Verdammt. 1, 2. Ja. So geht's. Null 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 1 2 Wenn er jetzt halt noch eine Form hat, sind wir halt ziemlich am Arsch Eigentlich ist der Gegner, glaub ich, noch gar nicht fens gedacht, aber Hey, werden wir ihn schaffen Außerdem trainiert es Lissop ganz gut, also Lalalala Außerdem kämpft nur mal Lysop so Nicht in den Bäumen entlanglaufen Sehr gefährlich 1, 2 Und aufladen 1, 2 Ah, wir können ungefähr 5 Schüsse so abwerfen 1, 2 La, 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 la Die Shuriken Shootings da machen Machen da auch wirklich fast gar nichts Oh man, oh man, oh man Normalerweise würde man den Boss erst machen Wenn man 100% HP hat oder so wahrscheinlich Aber was soll's Ich halte mich nun mal nicht gern an die Regeln Das war's für Lysop Wenn Luffy das jetzt nicht schafft Sind wir am Arsch Hm, was bleibt mir anders groß übrig als To higher gear Gear second So Ich probier's einfach aus Auch wenn's vielleicht gar nichts bringt Aber Wow Okay, das war's Aber wir können das auf jeden Fall besser machen Wir brauchen mehr Feuer Und ja Und ja Und ja Und ja Und ja Ich bin Ich bin